Achtung Schalke 4 Fans Es kursieren bombastische Nachrichten, die die Strukturen des Teams erschüttern könnten. Die Zukunft von Thomas Aoyan, einer der Stützen des Teams in der Aufstiegssaison, steht auf dem Spiel. Erinnern Sie sich an die unglaublich gefährlichen Standardsituationen, die Schalke so viele Punkte bescherten? Nun, der Spieler, der sie meisterhaft eingesammelt hat, ist mit einem Fuß aus dem Verein ausgeschieden. Was ist passiert? Aoyan verletzte sich in den letzten Monaten häufig und verlor seinen Platz in der Startelf. Da der Vertrag am Ende der Saison ausläuft, deutet alles darauf hin, dass er nicht verlängert wird. Wohin geht er? Der Italiener Turin hat bereits Interesse an dem Spieler gezeigt und könnte sein nächstes Ziel sein. Was bedeutet das für Schalke? Der ablösefreie Verlust von Aoyan wäre ein schwerer Schlag für das Team, das viele Jahre lang gehofft hatte, auf ihn zählen zu können. Aber nicht alles ist verloren. Schalke hat noch Zeit, Aoyan zum Verbleib zu überreden. Was denkt ihr Fans? Sollte Schalke alles tun, um Aoyan zu halten? Kommentieren Sie unten und vergessen Sie nicht, den Kanal FC Schalke 04 Nachrichten heute zu abonnieren. Hinterlassen Sie Ihr Gefällt mir und bleiben Sie gespannt auf die nächsten Neuigkeiten von Schalke 04. Es wird sehr wichtig sein. Glück auf!